Kommenden Samstag am 15. September findet wieder das alljährliche Trier-Spiel statt. Das bedeutet, die Innenstadt verwandelt sich von 10 bis 18 Uhr in ein Spielparadies für Kinder. Bist du denn dieses Wochenende auch bei Trier-Spiel dabei? Ja. Und worauf freust du dich am meisten? Auf den Tanz. Und worauf freust du dich am meisten? Auf Schminken. Und du? Ich freue mich am meisten aufs Klettern. Und worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten aufs Klettern. In diesem Jahr gibt es wieder viele Spielstationen mit zum Beispiel Malsport- und Bastelangeboten. Unseren Stand findet ihr hier in der Brotstraße mit einem riesen Viergewinn und tollen Preisen. Natürlich wird aber die gesamte Innenstadt bespielt. Ich befinde mich gerade auf dem Dump-Freihof. Hier ist aktuell noch nicht viel los. Das wird sich zu Trier-Spielt aber definitiv noch ändern. Also Spielfreudige jeden Alters, kommt vorbei!